Das ist als seins der neuen Beatnuts-Pack mit Rollen, kommt natürlich mit Fett, geile Beatnuts Grip Tape. Aufkleber gibt es auch neu, alles neu, alles super. Und in den Fahrt ist jetzt ein bisschen weiter und so weiter. Das ist ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen weiter. Das sind also die neuen Wippe-Schwappen, guter Pop, gutes Grip-Tape, geile Rollen, was die neue Wippe-Schwappen.